Rund um Natur genießen Sie zwischen Wald und Wiesen Idylle pur in unserer außergewöhnlichen Ferienwohnung im Osterzgebirge. Abseits von Stress und Hektik liegt unser Wohnhaus, in dem eine große gemütliche Ferienwohnung auf Sie wartet. Eine voll ausgestattete Wohnküche und zwei geräumige Schlafzimmer bieten ausreichend Platz zum Wohlfühlen und Entspannen. Ungewöhnliche Gestaltungselemente machen den gesamten Aufenthalt einzigartig. Die herrliche Umgebung lädt zum Wandern, Skifahren oder zu Ausflügen ein. Das Osterzgebirge ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.